Jesus aber antwortete nichts mehr, also, dass ich auch Pilatus verwunderte. Er pflegte aber ihnen auf das Osterfest, einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber einer genannt Arrabas, gefangen mit den Aufbrürischen, die ihm auch nur einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er täte, wie er fliegt, Pilatus aber antwortete ihnen. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester leizerten das Volk, dass er ihnen viel lieber Parabas losgebe. Pilatus kam und antwortete ihnen rum und sprach. Was wollt ihr denn, dass ich Tua dem, den ihr schuldigen, er sei der König der Juden? Sie schrien aber mal. Pilatus kam und sprach zu ihnen, was macht er den übelsten Tag? Aber sie schrien noch viel mehr. Aber sie schrien noch viel mehr. Hör zu ihnen! Hör zu ihnen! Heilliche Musik ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK